Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin, weiter abverkauft worden, hat unser T-Level erreicht, gehen wir jetzt long oder bleiben wir im Endeffekt erst einmal auf der Seitenlinie? All das werden wir uns jetzt natürlich nochmal anschauen. Ob dieser Abverkauf sich noch weiter fortsetzt, wage ich schon mal vorab ein bisschen zu bezweifeln, aber wir schauen uns das Ganze in Ruhe an. Natürlich werfen wir auch einen Blick auf Ethereum und auch nochmal auf die Stockmärkte, weil sich da auch einiges gestern nochmal getan hat. Doch bevor wir starten, lasst dem Video immer gerne einen Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinschauen. Wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein, der Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Und heute Abend schon mal zur Erinnerung, 19 Uhr, wie immer, Mittwochs, Livestream, kommt gerne dazu, wir schauen uns Altcoin-Wünsche an, wir schauen natürlich auf Bitcoin, auf ein paar News vielleicht auch, kommt da gerne dazu. Also heute Abend, 19 Uhr, live auf YouTube. Und in den nächsten Tagen, ich glaube ab Freitag, kommt auch noch ein kleines Gewinnspiel. Verrate ich aber jetzt noch nichts dazu, kommt dann am Freitag die Infos dazu. Ja, auf jeden Fall, wir haben gestern darüber gesprochen, um jetzt mal zur Analyse zu kommen, dass wir hier oben am Golden Pocket rejected worden sind und zumindest der Abverkauf hier runter Richtung 27.150 bis ungefähr 27.000 US-Dollar folgen sollte. Genauso ist es jetzt im Endeffekt eingetreten, deswegen machen wir das hier jetzt erstmal weg. Short war nicht drinnen, habe ich ja gestern dazu gesagt, dass ich mich da ehrlich gesagt nicht wirklich reintraue. Ich hätte dann hier oben eher drauf geschildet, das haben wir ja gestern besprochen, nochmal so bei ungefähr 27.800, 27.900. Sollte nicht so sein, der Kurs ist nicht mehr da hochgekommen, deswegen dann auch kein Short-Versuch. Jetzt aber, um schon mal zu sagen, ich habe eine Long-Position aufgemacht, die wurde hier unten in der grünen Box getriggert. Wir haben eine leichte Bullish-Divergence im 1-Stunden-Chart. Wenn wir uns den 4-Stunden-Chart angucken, da brauchen wir gar nicht drüber reden, da ist gar nichts derzeit. Das heißt, das Risiko ist hier sehr, sehr hoch, weil es eben nur auf dem 1-Stunden-Chart momentan so ist mit dieser Bullish-Divergence. Wir haben aber die Chance, aufgrund dieser Ineffizienz, die sich jetzt hier gebildet hat, also durch diesen Abverkauf hier oben, zumindest mal die Marke von 27.390 US-Dollar wieder zu testen. Das wäre jetzt auch so der erste Take-Profit, wo ich sagen würde, okay, Long bis hier hoch. Und dann müssen wir gucken, ob wir hier sogar wieder einen Short reinmachen, um dann gegebenenfalls einen weiteren Abverkauf zu triggern. Wir haben, wie gesagt, die Lage im Nahen Osten. USA will sich ein bisschen mehr einmischen, wurde gestern bei der Pressekonferenz von Biden wiederum gesagt. Das ist natürlich auch für die Märkte nicht wirklich sonderlich gut, weil mehr Krieg bedeutet wieder, ja, noch mehr Waffen, noch möglicherweise wieder durch höhere Ölpreise mehr Inflation. Das haben wir am Montag in dem News-Video mal drüber gesprochen, was da alles im Endeffekt auf uns zukommen könnte. Und charttechnisch befinden wir uns momentan jetzt ein bisschen auf Messerschneide, weil ihr seht hier, grundsätzlich hat sich hier über die letzten Tage oder seit dem 2. Oktober hier eine größere Seitwärtsphase, ja, gebildet. Inzwischen, ich sage jetzt mal 27.150 und in der Höhe mal so 28.3, das war die Range, die sich über Tage jetzt, wie gesagt, gebildet hat. Und seitdem ist eigentlich wenig passiert. Und jetzt eben versuchen wir diesen Support derzeit noch zu halten, wenn er nicht hält und wir hier wirklich ein Close kriegen vom 4-Stunden-Chart. Wir schauen uns das nochmal ganz kurz an. 4-Stunden-Timeframe. Sollten wir darunter schließen, also ich sage jetzt auch mal unter diesem Tief hier, das hält sich jetzt gerade noch so in Grenzen bei 27k, also ich sage jetzt mal unter dieser Box hier ein 4-Stunden-Close wäre absolut bearish, weil hier aus dieser 4-Stunden-Demand-Zone kam jetzt gerade noch ein bisschen Support rein. Sollten wir ein Close darunter sehen, werde ich die Long-Position auf jeden Fall dann erst einmal schließen, weil dann ist das einfach das Zeichen dafür, dass wir sehr, sehr wahrscheinlich noch ein bisschen weiter abverkauft werden. Dann kommen wieder die Kurse, die wir vor drei Wochen mal im Blick hatten, wieder im Blick von ungefähr 25.600 bis ungefähr 25.200 US-Dollar. Das ist auch momentan so ein bisschen das Ziel. Sollte dieser Long-Ed scheitern und wir keinen nachhaltigen Impuls nach oben hinkriegen, gehe ich ganz stark davon aus, dass das hier unten das nächste Ziel wird. Wir haben hier unten noch dieses größere Gap, was es einfach noch zu füllen gibt. Und wenn wir uns das mal so ein bisschen, ich habe ja gesagt, wir blicken mal kurz auf die Stockmärkte, wie es hier aussieht, sehen wir nämlich auch. Der Dow Jones hat sein Ziel, sein bearisches Ziel, was wir im Wochenausblick drüber gesprochen haben, erreicht, was heißt bearisches Ziel, aber das bullische Ziel, sage ich mal, hier on top. Hier oben die Marke von 33.900 Punkten und hat jetzt hier so die erste kleine Rejection bekommen. Wir haben den Goldkurs, der hier unten immer noch das Gap hat, sollte auch noch gefüllt werden. Gold habe ich aber gesagt, dass wir Take Profit 1 nehmen. Schauen wir uns den DAX an. Auch hier in den kleineren Timefilms könnte sich so langsam eine Top-Bildung anbahnen, was dazu führen könnte, dass wir auch hier einen leichten Abverkauf sehen. Also die Indizes heute müssen wir wirklich mal ganz, ganz genau einen Blick drauf werfen, wie das hier im Endeffekt weitergeht. Und deswegen kurze Erholung ist auf jeden Fall nochmal drin beim Bitcoin, würde aber dann hier ehrlich überlegen, mit diesem Long im Endeffekt dann hier oben einen Short nochmal reinzuhätschen und dann von hier aus gegebenenfalls die Bewegung nach unten hin mitzunehmen. Werden wir jetzt aber erstmal gucken. Wie gesagt, Entry könnt ihr jetzt machen. Stop-Loss würde ich derzeit nach jetzigem Stand mal, um ein bisschen Puffer zu haben, 26.750 US-Dollar machen. Vom Risk hält sich das Ganze hier absolut in Grenzen meiner Meinung nach, 1,28%. Und wie gesagt, erster Tech-Profit dann hier oben bei 27.380 US-Dollar. So, dann würde ich sagen, gehen wir rüber zu Ethereum. Hier im Endeffekt genau, huch, das wollte ich nicht. So, hier im Endeffekt genau das eingetreten, was wir auch gestern darüber gesprochen haben. Ethereum hat sich das Tief geholt, wo im Endeffekt die ganze Liquidität erst einmal lag. Das war das Ziel. Haben auch ein minimal tieferes Tief. Das heißt, wir haben die Liquidität darunter abgegriffen, aber auf einen 1-Stunden-Timeframe wieder einen größeren Weekend erlassen. Also hier würde ich momentan immer noch so ein bisschen die Finger von lassen, auch wenn es genauso im Endeffekt eingetreten ist, wie wir uns das gewünscht haben. Von der Bullish Divergence, die wir hier auch vorliegen haben, derzeit passt es auch. Aber würde ich mir sogar hoffen, dass wir nochmal minimal tiefer gehen, mit ein bisschen weniger Liquidität nochmal und dann die Erholung nach oben hin starten. An sich sieht es nicht schlecht aus, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Aber wie gesagt, man muss hier bei Ethereum deutlich vorsichtiger sein. Wie gesagt, seit wir eben letzte Woche diesen Futures ETF hatten, kennt dieses Ding nur eine Richtung und das ist nach unten. Also hier wirklich einen Support reinzukriegen, ist nicht verkehrt. Wer jetzt hier schon long drin ist, würde ich einfach raten, macht einen Stop-Loss-Entry und gut ist. Ansonsten ein neuer Entry dann hier unten bei 1545. Und vom Stop-Loss her, sollten wir das nochmal reinkriegen, würde ich das auf jeden Fall unter dieses Tief hier drüben packen, bei ungefähr 1530, wo das tief ist. Das heißt, ein bisschen tiefer noch so gehen auf ungefähr 1526. Also das heißt, vom Risk her, gleiches Spiel wie bei Bitcoin derzeit, gleiches Risk, könnte sich aber sehr, sehr gut ausspielen, sollten die Märkte dann wirklich einen kompletten Rebound nach oben hin wagen. Je nachdem, wie dann auch im Endeffekt die Stockmärkte in den USA eröffnen. Ansonsten gibt es, wie gesagt, wenig zu sagen derzeit. Wir müssen gucken, wie die Stockmärkte dann später aufmachen, Gold und sowas. Schauen wir mal, haben wir auf jeden Fall einen Blick. Ansonsten bleibt von mir nicht mehr viel zu sagen. Gerne ein Video ein Like da lassen, Abo da lassen. Heute Abend, 19 Uhr, hören wir uns zum Livestream, freue ich mich drauf. Und ansonsten kommt gerne in die Telegram-Gruppe, wenn ihr irgendwelche Fragen oder sonstiges habt, kommt da gerne rein. Link ist in der Videobeschreibung. Und dann wünsche ich euch einen schönen, erfolgreichen Tag. Wir hören uns dann heute Abend zum Livestream wieder. Bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay cool.